Erstmal zu mir, mein Name ist Khaled Bonoa. Zu meiner Herkunft, ich komme aus Aachen. Kennt ihr Aachen? Kifft ihr? Ihr wisst direkt Bescheid, ich muss gar nicht sagen. Kiff einem Haus. Zu meiner Herkunft, ich bin halb Marokkaner, halb Algerier. Das heißt, ich hasse mich selber. Ich studiere auf Lehramt. Ich weiß, meine Mutter glaubt mir das auch nicht. Aber egal, Hauptsache perfect. Und Semesterticket for life. Ich habe viele Geschwister und ich finde das auch cool hier auf der Bühne. Und ich finde auch hier, das was hier gerade stattfindet, wie viele Leute sind hier? So 150? Wie Familien treffen? Nur Geschwister? Und diese Bühne, die erinnert mich so an damals, wenn ich mit meinen Geschwistern Charade gespielt habe. Kennt ihr noch Charade? Ja, das heißt, man muss etwas durch Pantomime darstellen. Einen Beruf, eine Eigenschaft, einen Prominenten, irgendwas. Und ich habe das immer mit meinen älteren Geschwistern gespielt und die haben einfach irgendwas reingerufen, sobald ich mich nur hingestellt habe. Ich stelle mich hin, die so hässlich. Missgeburt. Gescheiterte Existenz. Woher kennst du dieses Wort? Wikipedia, Bruder. Äh, adoptiert. Ich habe doch nicht mal angefangen. Du bist trotzdem adoptiert. Meine Mutter hat immer versucht, mich zu trösten. Die so, oh, Helly, du bist nicht adoptiert. Aber du bist verdammt hässlich.